Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Fall Guys. Genau Leute, beim letzten Mal ist es hier ziemlich cool bei euch angekommen und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Deshalb dachte ich, spielen wir direkt noch ein paar Runden und wir starten auch direkt mal ins Game rein. Ich bin mal gespannt, ob wir heute schon wieder gewinnen können, weil beim letzten Mal haben wir tatsächlich meine aller allererste Fall Guys Runde nach zwei Jahren oder nach einem Jahr wieder gewonnen gehabt. Also ich habe ein Jahr lang nicht gespielt und dann habe ich meine erste Runde wieder gespielt und habe gewonnen. Eventuell schaffen wir es heute nochmal zu gewinnen. Es hat mir auf jeden Fall beim letzten Mal, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Euch auch schreibt mir gerne in die Kommentare, hast du jetzt auch Fall Guys, weil Fall Guys ist jetzt ja kostenlos und willst du noch mehr Fall Guys Videos sehen? Lass auf jeden Fall einen Daumen hoch oben da und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Videos von mir zu verpassen. Und heute geht es los in acht Sekunden. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr gehypt. Und ja, weiter geht's und los geht's nach dem Intro. Überwindet die Hindernisse und rennet zur Ziellinie. Das ist unser Ziel jetzt, Leute. Das ist unser Plan und wir starten direkt in der allerersten Reihe. Das ist natürlich sehr, 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 sehr nice. Was habe ich mit der Mauswürdigkeit gemacht? Ist die immer so stark gewesen? Egal. Egal, Leute. Egal, egal. Das passt schon. Das passt schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir das Ziel gewinnen werden und auf jeden Fall nicht ausschauen. Oh mein Gott. Ja gut, es fängt ja schon mal sehr gut an. Oh, ich muss hier hochlaufen, Leute. Ich muss hier hochlaufen. Es fängt ja schon mal sehr, sehr gut an. Kann ich hier einfach... Oh, ich laufe mit den Leuten mit. Ich muss mit den Leuten mitlaufen. Oh mein Gott, hier ist so ein Gequetsche. Alter Schwede, was ist das hier für ein Gequetsche? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. So, jetzt hier Tür, geh auf, Tür, geh auf. Oh, wie viele Leute hier sind. Hallo. Ich muss durch. Oh, wie knapp das war gerade. Ich bin fast von dieser Kugel getroffen worden. Okay, ausweichen, Leute. Ausweichen, ausweichen. Wow. Okay, das war krass. Das war krass, Leute. Okay, hier ist jetzt ein bisschen glibber, glibber, dibber. Oh Gott. Ey, ich wurde umgekickt. Bitte. Aufstehen. Danke. Okay. Leute, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Komm nach oben. Komm. Komm. Ja, Leute, wir schaffen es. 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 Wir haben es geschafft. Nice. Wieso sucht ihr denn zehn Jahre lang den Game Mode aus? Hallo? Oh, es ist passiert, Leute. Wir haben den Game Mode ausbekommen. Und es ist schon wieder ein Rennen. Das Türenrenrennen. Okay, Leute, das schaffen wir auch. Das müssten wir auch schaffen. Wir geben unser Bestes. Oh, wir sind ganz hinten. Wobei, vielleicht ist es in diesem Modus gar nicht so schlecht. Ich wollte übrigens auch noch gesagt haben, falls ihr mal Lust habt auf ein Fallgeist-Video mit zum Beispiel Arian oder anderen YouTubern, die ich so kenne, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann mache ich das Ganze vielleicht. Ich fände das auf jeden Fall richtig, richtig nice. Einfach mal so ein Fallgeist-Video. Zum Beispiel mit Aboog oder sowas, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt, aber zum Beispiel jetzt mal. Oder halt Arian einfach oder sonst wer, Leute. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr darauf Lust hättet und lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Und gerade sind wir sehr gut dabei. Wir sind irgendwie Zweiter oder so. Das ist krass. Okay, die Tür ist zu. Ist die auf hier? Die Tür ist auf. Oh, mein Gott, Leute, wir sind Erster. Wir sind Erster. Und bitte, 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 bitte. Nein. Okay, links, 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 links. Oh, mein Gott, ey. Lass mich in Ruhe. Die kicken mich alle. Komm schon links, links, links. Nein, rechts, rechts, rechts. Okay. Ab nach rechts, ab nach rechts, ab nach rechts. Geht doch hier runter. Wie viele Leute einfach vor mich geschwommen sind. Oh, mein Gott. Aber das müssen wir schaffen. Das sind doch keine 28 Leute, oder? Das sind ja 28 Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, war das knapp. Ei, 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 was? Okay, Leute, einer fehlt noch. Wie einfach so diese ganze... Was war... Hallo? Hä? Was macht ihr da? Seid ihr auf den Kopf gefallen? Oh, Gott, Leute, sie sind auf den Kopf gefallen. Nein. Aber ja, hier jetzt wird's... Er hier wird's beenden, Leute. Er hier wird's beenden. Er wird's beenden, die Zaube. Runde beendet. Bleib in der Punktzone, um Punkte zu erzielen. Wenn du fällst, kehre durch die Röhre und zur Punktzone zurück. Alles klar. Den Spielmodus kenne ich noch gar nicht. Also den spiele ich jetzt zum allerersten Mal. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das Ganze hier bewältigen können oder ob wir vielleicht jetzt hier rausfallen, Leute. Weil das kann ja immer nur einer gewinnen. Aber eventuell schaffen wir das Ganze. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich klinge auch nicht, dass das jetzt schon das Finale ist. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob ich das Ganze hier schaffen kann. Und wann geht's los? Wann geht's los? Es geht los. Nice. Okay. Wo ist jetzt die Punktzone, Leute? Wo ist die Punktzone? Ich denke mal, da in der Mitte wird sie sein. Oder hä? Wo? Okay. Bleib in der Punktzone in der Luft. Okay. Ich mach immer das, was die anderen machen. Dann werde ich schon irgendwie es schaffen, hoffentlich. Los geht's! Sind wir schon raus? Okay, wir sind schon raus. Oh nein! Okay, Leute. Ähm. Ah, wir müssen hier irgendwie da dran. Was mach ich denn hier? Hallo? Oh mein Gott, ich bin wieder runtergeflogen. Hä? Ich hab absolut keinen Plan, was wir tun müssen. Ach so. Wir müssen hier oben einfach nur in diesen Bereichen bleiben. Ja, das kriegen wir doch hin, oder? Oder? Kriegen wir das hin? Wir müssen auf 100%. Wir müssen auf 100%. Ich bleib aber hier. Ich habe gerade schon sehr viel Zeit verschwendet. Nein! Ah, schade, Leute. Ich hab's gerade mal bis vorhin gesagt. Ich hatte absolut kein Plan, was zu tun müssen. Aber weiter geht's. In die nächste Runde. Hm. Nein, wir werden rausfliegen. Oh, Leute. Ein neues Rennen. Diese Map kenne ich noch gar nicht. Aber das sieht auf jeden Fall nach jeder Menge Spaß aus. Renn durch die Hindernisse und erreiche das Ziel. Wo sind wir? Wo sind wir? Okay, wir sind hinten links. Oh nein, wieso sind wir hinten? Aber okay, immerhin sind wir nicht ganz hinten. Aber Leute. Okay, okay, okay. Das können wir auf jeden Fall bewältigen, Leute. Das können wir auf jeden Fall bewältigen. Let's go. Ab nach unten. Und boom! Wir sind nach unten gefallen. Auf irgendwelche Sprungbretten, Tampoline oder sowas. Und yo, hier gehen wir mit dem Speedboost durch. Oh nein, wir sind runtergeflogen. Aber egal. Oh nein, doch nicht egal. Hallo. Oh mein. Okay, Leute. Wir haben gerade die Kombo unseres Lebens kassiert. Okay, hier durch den Hammer durch. No! Oh Gott, Leute. Wir werden hier von allem und jedem durchgepanscht oder sowas. Hier ist irgendein Glibber. Okay, let's go, Leute. Oh mein Gott, wir sind fast runtergeflogen. Aber egal. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Und springen. Okay, und hier einmal Speedboost. Und yeah. Let's go. Durch den Hammer durch. Yes, der Hammer kriegt uns nicht, Leute. Der Hammer. Hallo, was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Okay, hier haben wir drüber. Yes, Leute. Über das Orangene haben wir hier Speedboost. Okay, cool. Hier ist ein Hammer. Hammer, 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 Hammer. Nein! Falsche Richtung, Hammer. Hau mich in die andere. Hau mich in die andere Richtung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist das Ziel? Okay, es sind schon Leute, die sich am qualifizieren. Schaffe ich es? Schaffe ich es? Ich weiß nicht, Leute. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja! Ich war der Letzte. Ich war der Letzte, der sich qualifiziert hat. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziehlinie. Alles klar. Das klingt auf jeden Fall machbar. Hoffen wir doch mal zumindest. Wir hatten als Erster. Das ist sehr, sehr gut. Und wir laufen und laufen. Und ich... Leute, wir müssen hier immer schön die Dings mitnehmen. Immer schön die Dings mitnehmen. Ja, hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Leute, ich glaube, das war es. Ich glaube, das war es. Ich glaube, das... Ja, das war es. Oh mein. Leute, nee, nee, das schaffen wir nicht. Wir sind irgendwie Letzte oder so. Oh nein. Okay, wir müssen jetzt hier alles geben. Wir müssen jetzt hier alles geben. Okay, wir gehen links lang, links lang, links lang. Und jetzt einmal hier rein. Ja. Und jetzt zack. Nice. Okay, jetzt einmal hier rein. Zack, so laufen wir so. Okay, cool. Okay, jetzt einmal hier. Bitte, bitte kein Ball. Kein Ball, kein Ball. Okay. Da ist der Ball gekommen, aber das haben wir noch geschafft, Leute. Das haben wir noch geschafft. Okay, jetzt hier einmal. Boom. So, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir schaffen das. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh mein Gott, nee, da sind viel zu viele Leute vor uns, Leute. Da sind viel zu viele. Wir sind irgendwie einer der Letzten. Oh nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir schaffen das nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir schaffen das nicht. Hallo Hammer. Oh, er hätte uns auch da oben hauen können. Aber hat er leider nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, wir schaffen das nicht, Leute. Wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Schade. Letzte Runde. Letztes Glück. go! Wir standen schon wieder als erstes, Leute. Und wir schaffen das. Wir schaffen die Qualifizierung von der ersten Runde. Vielleicht holen wir nicht den Win, aber das hier müssen wir schaffen, auf jeden Fall. Und boom. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ey, ey, chill, 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 chill. Chill, 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 chill. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Leute, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr ja. Oh, nein! Nein! Okay, Leute, egal. Wir respawnen. Aber jetzt sind wir nicht mehr vorne. Jetzt sind wir nicht mehr vorne. Das ist sehr schlecht, Leute. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Aber egal. Wir können es immer noch schaffen. Wir können es immer noch schaffen. Bitte, 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 Leute. Ich darf jetzt hier nicht. Oh mein Gott. Ich bin fast da reingeflogen, Leute. Ich bin fast da reingeflogen. Okay. Das hier kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Wir dürfen nur nicht letzter werden oder so. Ey, bitte kick mich nicht runter. Ja, bitte, danke, danke, danke. Jetzt einmal hier hin. Einmal hier drauf. Und, Leute, wir haben es geschafft! Not even close, Leute. Hier sind noch genug andere Leute im Rennen, die viel weiter hinter mir waren. Wir haben es allerdings geschafft. Sehr, sehr cool. Oh, Leute, das hier sieht man nach einem Wippenparadies aus. Alles klar. Das können wir auf jeden Fall auch schaffen, Leute. Das können wir da schaffen. Yo, wir schaffen das. Und drei, zwei, eins und let's go. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass die Wippe hier uns standhält, Leute. Dass die Wippe hier nicht zu weit runter geht. Okay, die wird sehr weit in die Richtung gehen. Das habe ich mir schon gedacht. Und die hier wird sehr weit jetzt noch da gehen. Das heißt... Okay, Leute, alles klar. Das haben wir. Das haben wir. Okay. Die hier wird natürlich jetzt auch sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach oben laufen. Und, oh mein Gott. Lauf, 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 lauf! Okay, okay, okay. Das haben wir, Leute. Das haben wir. Alles easy. Alles easy bis jetzt. Okay, so, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Und oh, 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 okay Ah, nee Ich bin gar nicht direkt in die Mitte davon gelassen Ah, okay, äh Alles gut, alles gut, wir haben Wir haben noch nicht verloren, wir haben noch nicht verloren Wir haben noch nicht verloren Wir sind noch im Rennen drin und Ich sehe auch schon die Ziellinie und es sieht so aus Als könnten wir es auf jeden Fall schaffen In die Top 30, weil so viele Leute Sind gar nicht vor uns wie eben, Leute So viele Leute sind gar nicht mal vor uns Hier die Wippe ist schön gerade, ja, sehr Sehr, sehr schön, hier auch, jetzt machte ich Gerade sehr, sehr nice, hier auch Cool, und jetzt laufen wir einfach Laufen wir hier hoch, okay, ich laufe einfach hier hoch und Leute Somit haben wir es sogar in die Ersten 5 Qualifikationen Oder 6 Qualifikationen geschafft, cool Ha, Leute Er scheitert, er scheitert und scheitert Lauf doch einfach auf die andere Seite Ja, so funktioniert das Dieser Kampf gerade Eieieiei Erklimme den erschneiten Berggipfel Das kennen wir schon, Leute, von der letzten Folge Das hier können wir auf jeden Fall, Leute Wir haben das geübt Einmal haben wir das geübt Aber das können wir schaffen Das können wir schaffen Run, run, run Oh, Leute, hier ist alles aus Eis einfach Ey, das ist ein anderes Ding Das ist doch nicht das, was ich kannte Hallo, wieso kenne ich das nicht Oder ist das das, was ich kannte? Also zumindest kommen wir gerade die Map ein bisschen anders vor Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, da kommt ein Rieseneis Eisball Schneeball meine ich nicht Eisball Kannst du bitte mich hier nach oben lassen? Bitte Ey, ey, ey Oh, Leute, ich glaube das war Ich kann hier nicht mehr Was ist das? Ich komme hier nicht nach oben Ah, jetzt, Leute Oh mein Gott Okay, das war es mit mir Ich werde das nicht schaffen Ich werde das hier sowas von nicht schaffen Ich werde das hier sowas von nicht Ich habe gerade so viel Zeit gebraucht Ne, Leute, das schaff ich niemals Das schaff ich niemals Ganz nach oben Also wenn ich das jetzt noch schaffe, Leute Wenn ich jetzt hier noch qualifiziert werde Da bin ich echt ein Fall Guys Profi In meiner fünften Runde, die ich in meinem Leben hier spiele Oh nein Autsch. Nicht nochmal. Nein. Das kann doch nicht sein. Oh nein, Leute. Oh Gott. Nur 18 können qualifiziert werden. Zwei sind schon qualifiziert. Und ich bin hier noch unten am... Nein. Aus, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich auch nicht. Okay, okay, okay. Jetzt laufen. Du kriegst mich auch nicht. Wir warten mal, bis sie schlägt. Ja, okay. Und jetzt einmal hier hoch. Boom. Nice. Okay. Und einmal noch. Und boom. Nice. Okay. Oh Leute, 16 sind schon qualifiziert. Nee, nee, nee. Das wird nicht, Leute. Das wird nicht. 17. Und da sind die Letzten, die hochgehen. Wir sind somit raus, Leute. Schade. Schade, schade, schade. Heute kein Winner. So gut, Leute. Da haben wir sehr schlecht abgeschlossen. Ausgespringen. Und damit will ich aber sagen, was ist mit der Folge. Falls ihr keinen Fall habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und abonniere den Kanal. Und aktiviere die Glocke. Um keine Ahnung, einen coolen Videos von mir zu verpassen. Und ja, leider heute nicht so gut gespielt. Aber Leute, das gehört natürlich auch dazu. Und dann würde ich sagen, haut die Reine und ciao. Äh, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.